Hallo! Letztes Mal von Verschlucktes ist immer wieder super und rennen! Ha, du bist tot, mein Freund! Tot? Tot! Yeah! Hier kann ich mir wieder mein Leben auffüllen! Komm runter! Bam! Okay, du kommst normal runter. Oh mein Gott! So, Leben auffüllen mit Powerdrinks oder sowas. Wie hießen die Dinger nochmal bei Kirby? Sagt's mir, sagt's mir, sagt's mir! Ich will alles wissen, außer dass dieser Boss der letzte so schwer ist, dass ich ihn niemals versiegen werde. Das möchte ich nicht hören. Jetzt, vor der Tür war eine Fake-Tür. Was? Oh! Ja, noch ein... Oh mein Gott! Ich fliege wieder ganz schnell weiter. Gegner! Ich komme gar nicht so schnell vorwärts! Okay. Ja, okay. Okay, okay. Ja, ne, ne, ne. Ich kann gar nicht... Was? 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 Ja! Bitte, Tür, Tür, Tür! Wir sind tot! Was? Wir konnten gar nicht so schnell da... was? Das war's für heute. Wird mir leid, ich hab keinen Bock, das Ding normal zu machen. Ich hab da jetzt echt keinen Bock drauf. So. Die vernichten wir erstmal alle. Ganz blutig und gewalttätig. Äh... Aber das Letzte konnte man noch gar nicht schaffen. Das war doch viel zu schnell. Es frisst uns. Man frisst keine Marshmallows. Hat sie das deiner Mama nicht beigebracht? Wir müssen fake erstmal. So. Okay, jetzt kommt das Horror Level of Death. Dann fliegen wir halt nicht, sondern springen. Ja, wir werden auch von Gegnern getroffen. Und renn, Kirby, renn! Nein! 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 Was ist das? Was? Nein! 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 okay und das ganze spiel noch mal was ist das denn für eine scheiße ich benutze kirbys safes wie tief bin ich gesunken aber ich spiele es echt schrecklich hier muss man doch perfekt durch rennen um das zu schaffen so und rennen 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 kiki und so rennen rennen verdammt normal das kann man nicht schaffen ich bin jetzt der post der posten der festen überzeugen das kann man nicht schaffen aber wir müssen das probieren sonst geht es nicht weiter da ist nicht so drecksack weiß ich glaube ich überlebe hier ich renne einfach mal durch vielleicht überlebe ich ja ich habe sie erlebt super oh ein fake oh mein gott wer hat das gedacht so nochmal und rüber rüber ja oh ich wurde getroffen oh mein gott ich kann nichts mehr sehen ich gehe genau in die türe in kirby ich würde getroffen oh mein gott wie traurig oh mein gott ich muss alles töten wir sind klar wieder amokläufer weg mich ich glaube gleich nach dem video schluss jetzt habe ich keinen bock mehr nie wieder ich glaube ich das spiel noch durchziehe ist echt ist doch nicht mehr normal oh ich habe meine fähigkeit verloren das ist natürlich scheiße rennen du drecks marshmallow wenn wir fliegen sind wir zu langsam dann können wir nicht mal irgendwo hier auf der gerade strecke rennen ohne fähigkeit funktioniert jetzt vielleicht mal ja ist ok ja ist ok ja jetzt sind wir wieder dahinter na super jetzt sind ja ja hallo sagen wir haben diese verdammte scheiß tür getroffen ist ja ja das level ist zu ende ja video ist zu früh um es zu beenden wenn ich mal die drecks level noch weitermachen ich muss sagen ich spiele in letzter zeit super mario boss 2 lost levels und sie sind längst nicht so frustrierend wie die scheiße hier ich hatte sogar bei a wanna be the guy mehr spaß muss ich ehrlich sagen naja ähm was gibt es zu dem vorgefehlende fähigkeit mein gott die gleichheit wenn nicht kirby wäre nur mit größer reichweite ich bin ja so beeindruckt oh mein gott okay ich muss alles vernichten ja wurm und vernichten und bam und oh mein gott ich rutsche wir sind kirby der rutscher wir sind ein saugender lutscher ein sauger ah ja wir fliegen immer weit okay das war jetzt meine schuld ja okay jetzt kann ich auch mal ein game over mal hier aber 38% irgendwas sagt mir dass es nach der welt noch ein bisschen weiter geht aber irgendwie hoffe ich nicht oh mein gott ein pinguin ich will dich haben du gibst mir nichts du kleiner drecksack dann will ich dich doch nicht haben so wenigstens die katze ach so ja okay ich wollte schon sagen irgendwie muss ich jetzt alles wegsaugen dann hätte ich es nicht gemacht das ist ja cool wenn wir rennen mit dem ding ha 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 geil okay okay das ist ja geil ha ich fliege euch alle ein und zwar von oben wenn ich bin größer als hier naa und bam ja mir egal ich kann fliegen jetzt nicht mehr ha der hat zum dreh super sprung sterben tut er trotzdem okay dann gehe ich hier jetzt das nächste mal ohne irgendwelche begleiter durch ich bin eher blöj wie als mal aber